So langsam mache ich mir doch schon so ein bisschen Sorgen um meine geheiligte Nintendo Switch Spielebibliothek für dieses Jahr. Ich sag euch doch, wie das ist. I mean, klar, natürlich haben wir Spiele in der Pipeline wie Paper Mario 2, Endless Ocean, Luminous und Luigi's Mansion 2 HD. Nur die große Frage ist halt, was kommt danach? Und ich rede jetzt nicht mal von Spielen wie Pokémon Legends Z.A., die kommen ja eh erst nächstes Jahrhundert raus. Mir geht es um neue Nintendo Switch Spiele in diesem Jahr und vor allen Dingen eine große Nintendo Direct. Für 2024. Diese Frage stellt sich nämlich Robo Rob Gaming, der Bruder. Da werden wir ordentlich reinschneiden in dieses Video. Und es wird leckere Aussichten, hoffentlich Kopium geben auf die First Party Nintendo Switch Spiele für uns. Bevor, naja, dann nächstes Jahr Spiele kommen werden wie Pokémon Legends Z.A. Es wird sehr wild werden. Lassen Sie nun einen Daumen nach oben da für die Hashtag Kai geklickt Kicks. Danke für euren Support. Wir gehen rein. Abonniert natürlich diesen Channel für die absoluten Reaktionsüberkicks. Let's go. Hey guys, it's Rob here and welcome back to another video. So in this video I wanted to talk about what Nintendos Plan is. For those who don't... Ganz kurz, ne? Ich hatte versucht, deutsche Untertitels zu generieren. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch kennt auf Desktop, aber manchmal geht das einfach nicht. Jede andere Sprache übersetzt funzt automatisch übersetzt, aber Deutsch, I don't know. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab, äh, das Video neu, also ich hab die Seite neu geladen und das ist immer noch das gleiche Problem. Daher leider die Subtitles auf Englisch. Ich weiß nicht, Nintendo doesn't really have a lot of big releases coming up. It's quite bare. Und that's not to say the games that are coming up are bad. There are actually a lot of cool games like Paper Mario and the Thousand-Year Door. I am really excited for that. And Luigi's Mansion HD too. And Peach Showtime was just released. Das stimmt, Peach Showtime ist, äh, released worden genauso wie Mario vs. Donkey Kong. Damit wären das für dieses Jahr zumindest schon mal 5 Spiele, die rausgekommen wären. Stark. But you gotta wonder, what's after that? Sure, we do have a lot of third-party games. Bio-Mutant is coming to the Nintendo Switch and so... Ja, third-party-Titel, ne? Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dazuzählen zu dem, naja, Nintendo First-Party-Angebot. Aber, aber im Grunde hat er recht. Da müssten wir auch so Sachen aufzählen wie Deka-Police oder Professor Layton. Klar, das werden auch Big-Releases werden. Aber sie kommen nicht first-hand von Nintendo, ne? So is grounded from Microsoft. We also have Endless Ocean Luminous, which is coming out in two months as well. I mean, technically, it's gonna be one month since April is almost here, but you guys get what I mean. But overall, what is Nintendo's plan when it comes to the Nintendo Switch 2, when it comes to new Nintendo Switch reveals, when it comes to June, that E3 time, or what used to be E3 time? I still find it very depressing to say that. So first up, to understand that, we gotta understand what Nintendo is releasing. So April, a lot of people are saying, is a pretty dry month, but if you look at the release dates of a lot of games and the games that are releasing in April, it's actually pretty stacked. In terms of the amount of games that are releasing on the Nintendo Switch. We have 100 Heroes, we have another Crab's Treasure, which I am 100% buying. I'm actually really excited for that game. It looks amazing. We have the Demon Slayer game, we have Tales of Kensara, we have Saverless, and just overall a lot of games. We even have Grounded from Microsoft. But really after that, we don't really know what's coming. Metroid Prime 4 doesn't have a release date, it doesn't have any information out, so we don't really know what's going on with that. Das hab ich noch nicht mal aufgezählt im Intro. So, hallo, was ist mit Metroid Prime 4, Nintendo? So, wir müssen Antworten bekommen, das ist uns allen klar. Die große Frage ist halt, ne, um die große Frage, die im Raum steht, Nintendo Direct im April, ich würde es mir schon wünschen, weil Nintendo steht nichtsdestotrotz im Zugzwang, neuen Content zu zeigen, obwohl wir in den nächsten Monaten neuen Content haben. Aber wir brauchen trotzdem neuen Content. Was ist denn, wenn im, weiß ich nicht, wann kommt nochmal Luigi's Mansion 2 raus? War das nicht im Juli oder so? Was ist, wenn da das Spiel released worden ist und wir dann gar keine Ahnung mehr haben, was kommt denn dann? Also, da muss es ja spätestens im Juni Informationen geben dazu, right? Nintendo hasn't said anything on that. So, why is this? Well, if we look at past Nintendo Directs and how Nintendo usually shares information, it's usually a wave of information. Nintendo likes to maintain this wave. I like to call it the Nintendo Momentum. Nintendo likes to give us different types of news throughout the year that keeps us busy. This is why most of the time we can correctly guess when the next Nintendo Direct is gonna be, because Nintendo does it at the same time of the year, because it maintains that excitement around the Nintendo Switch brand. Which would make sense, because that's how you maintain an install base. You make sure they have a lot of things to look forward to. And usually we do get that June Nintendo Direct. So what's gonna be leading up to the June Nintendo Direct? Okay, also es wird der April für die Direct, für dieses Video direkt übersprungen. Äh, finde ich sehr, sehr wild, weil, also ich bin da anderer Meinung. Ich sag euch, wie das ist. Also, ich würde ne April Direct Todesfeiern. Natürlich bewegen wir uns hier alle und auch der Bruder im spekulativen Raum, aber meinem Bauchi-Bauchi-Gefühl nach, wo wir doch jetzt hier den 1. April haben. Das Geschäftsjahr 2023-2024 ist seitens Nintendo, well, am 31. März vorgestern geendet. Jetzt sind wir im neuen Fiskaljahr von Nintendo drin. Das Fiskaljahr 2024-2025. Und normalerweise gibt es ja immer, ich sag mal, zum Anfang des Geschäftsjahres einen, ich glaub, neuen Quartalsbericht oder so. Und dazu vielleicht auch, ne, für die Investoren eben so ein paar kleine Tidbits, so ein paar kleine Leckerlis, ein paar neue Schmeckis, die man ihnen entgegenwirft und vielleicht auch sogar uns in Form von einer Direct. Also, ich fände, gerade angesichts des neu angebrochenen Geschäftsjahres, es eigentlich auch marktwirtschaftlich viel besser, jetzt eine Direct zu präsentieren als 1. Juni, wo das Momentum schon, I don't know. Also, ich weiß nicht, von welchem Momentum er hier spricht. Ich mean, wir sind im April, in diesem Monat kommt kein Spiel raus. Das nächste Spiel kommt im Mai und das sind zwei Spiele. Das ist Endless Ocean und dann Paper Mario. Und dann sind wir im Juni. Und ich glaub, im Juni könnte sogar Luigi's Mansion 2 kommen. Ihr habt mich schon in den Kommentaren korrigiert. Worauf ich hinaus möchte, wenn es eine vollwertige Direct im Juni geben wird, dann hat Nintendo aller Voraussicht nach zu diesem Zeitpunkt noch ein Spiel, das sie frisch angekündigt rausbringen werden. Und das ist Luigi's Mansion 2 HD. Und ist das da nicht ein bisschen knapp mit den Releases für den nächsten Monat? Oder sogar die nächsten Monate, wenn dann irgendwie ein Spiel frisch für den Juli angekündigt wird, für August, für September, für November. Aber für die späteren Monate wäre es noch ein gutes Timing. Aber für die Sommermonate, I don't know, da ist allerhöchstens so Platz für gewisse Shadowdrop-Releases oder so. Vielleicht Remakes oder... Was ich damit sagen möchte, im April wäre definitiv mehr als genug Zeit, um auch die Kunden und die Investoren, keine Ahnung, darauf vorzubereiten, dass es neuen Content geben würde, auf den man sich freuen kann. Statt dann im Juni, so, weiß ich nicht, so, wie bestellt und nicht abgeholt, fünf Minuten, nachdem die Party begonnen hat, dann die Party entert und sagt, hallo, ich bin übrigens auch da und hier sind unsere Geschenke. Weiß ich nicht. Da sind die Leute schon über alle Berge. Nintendo muss das Momentum bewahren im April. Das ist mein Hot Take und mein Wild Gas. Ich glaube, er mannt Mai. Nicht March, also März. Ich glaube, er mannt Mai. Ja gut, also Monster Hunter, da habe ich mich auch drauf gefreut, in der Partner Showcase. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das ja auf dem 3DS nie gespielt. Möglicherweise werden wir das auf RedoM Sky anzoggerisieren. Von daher, kommen sie doch vorbei. Momentan zocken wir sehr viel von die Inazuma Eleven. Und es ist so, und ne, Monkey Ball ist, glaube ich, sogar ein zeitexklusiver Release auf der Switch. Except for Release on the 25th. So why am I telling you all this? Well, this means that Nintendo is giving us games to play, which keeps up that momentum. So while it may look barren on the outside, I think in Nintendo's eyes, they think, okay, we're keeping the install base busy with these games until the June Nintendo Direct. So if that's the case in their eyes, that we're being kept with all of these different games. Also, ich kann ihn ja verstehen mit Juni und so. Und ich weiß, was er mit dem Momentum auch meint. Nur, ich finde, da ist es halt auch schon wieder, wie gesagt, es ist zu spät. Also, in einem guten Rahmen wäre Nintendo doch unterwegs, wenn sie quasi immer in einem, ich sag mal, ordentlichen zeitlichen Zyklus Spiele im Voraus ankündigen. Und dann wirklich nicht kurz vor knapp. I mean, wir haben das schon so oft gehabt, dass Nintendo ein Jahr vor Release eines Games ein Spiel angekündigt hat. Oder manchmal sogar zwei Jahre. Oder an Beispielen wie Tears of the Kingdom. Länger. Warum sollten sie jetzt auf einmal so kurzfristig Spiele raushauen wollen? Gut, ne? Die Frage ist berechtigt, denn die Switch 2 steht natürlich im Raum. Wir wissen das alle. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es für Nintendo ja trotzdem kein Beinbruch, wenn sie Spiele gut genug im Voraus ankündigen, wenn sie die doch eh schon in der Pipeline haben. Und damit meine ich, bereit, um sie anzukündigen, weil sie sind fertig. Was für Spiele kommen denn jetzt im April raus? Hat er die gerade aufgezählt? Aber das sind doch keine First-Party-Spiele. Ich finde, gerade im April, wo nichts First-Party-mäßiges rauskommt, würde es sich meiner Ansicht nach schon anbieten, da dann auch eine Präsentation auszurichten. Aber warum versucht man denn aus Nintendo, einer Firma, die man nicht großartig predikten kann? Weil einfach, es gibt tausend mögliche Endings für jedes Nintendo-Szenario. Wir wissen das. Da kann man auch keine Statistiken aufstellen. Also man kann das natürlich schon und das macht gewisse Dinge dann auch schon wahrscheinlicher als andere. Aber er hat das Gefühl, das ist ein Schuss ins Blau, wenn man da irgendwie versucht, einen Punkt zu machen. Es ist Nintendo. So, es ist so super kryptisch. Und mit kryptisch meine ich geheimnisvoll, wie sie versuchen, sämtlichen Leaks aus dem Weg zu gehen und das zu ignorieren. Ja, ich bin auch interessiert, aber es kommt nicht im Juli, das kommt auch nicht im August, das kommt auch nicht im September. Guess what? Das kommt am 10. Oktober. Wir brauchen Nintendo-Content. Hallo! I honestly can't wait to try that out is releasing months later, like in five or seven months, no, it's seven months, actually six months, but you guys get to know what I mean. It's the end of the month, so it's six months. So I think Nintendo's plan is to wait out the rest of the months until that June Nintendo Direct, and that's when they're gonna fill it with more games. Games that will come after June. Now the question you really have to ask is, are they gonna talk about the Nintendo Switch 2? Are we gonna see anything from that? Well, to try to put a really good, educated guess, we gotta kinda put ourselves in Nintendo's shoes. We know that the Nintendo Switch is slowing down. We know that Nintendo Switch software is still selling very, very well. And we know that Nintendo does wanna sell more Nintendo Switch consoles. As far as I can tell, they wanna sell as much as they can before they get the Nintendo Switch 2 out. And with the rumors that Nintendo delayed the Nintendo Switch 2 to 2025, my question is, why would they even reveal it before 2025 or before Christmas? I mean- Hmm. Das ist eine sehr gute Frage. Sie hätten definitiv sehr wenig Grund dazu, weil jetzt, wo das PS2-Outsell-Momentum auf, ich glaube, 160 Millionen erhöht worden ist, hat Nintendo noch eine viel größere Hürde zu übernehmen, wenn das wirklich, ich sag mal, in die Realität umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz, die Switch ist weiterhin Nintendos Zugpferd und es macht für Nintendo wirklich wenig Sinn, vor Weihnachten die Switch 2 anzukündigen, weil das nimmt jeglichen Verkaufsboost oder Verkaufsargument für viele. Es sei denn, es sei denn, massivste Angebote bei der Hardware. Das ist meine Ansicht. Also, Nintendo kann meines Gewissens nach mit Fug und Recht die Switch 2 am Ende des Jahres ankündigen und damit einen riesigen Preis-Drop der Switch quasi die Möglichkeit geben, sich trotzdem weiter zu verkaufen. Also, sie trotzdem zu einem lebendigen System weiterzuhalten. Ich meine, denk mal, 2025 könnte es im Januar sein oder es könnte nächsten März sein, ein ganzes Jahr weg. Ich fühle mich, Nintendo würde den Nintendo Switch 2 näher zu dem Release-Date des Nintendo Switch 2 und das würde es nicht in 2024 oder zumindest jetzt in 2024. Die Frage ist aber, ist das da nicht zu spontan? Also, wann hat eine Spielefirma mal eine Konsole zwei Monate vor Release angekündigt? Das schaffen ja teilweise nicht mal Deutschrapper mit Alben. Ja, und ich sag mal, nach Weihnachten wird Januar sein, weil Nintendo wird jetzt nicht am 26. aus dem Grab ausgehoben und, keine Ahnung, sagen dann, yo, übrigens, jetzt kommt die Switch 2 im März raus. If you're gonna announce a new system during that time or even before, that's gonna mess up those sales of that season. So I have a feeling that we're not gonna get a reveal for the Nintendo Switch 2 before Christmas. I think what Nintendo is gonna do is they're gonna wait until maybe even the February Nintendo Direct to announce the Nintendo Switch 2. Damit sie im März kommt, du willst da wirklich einen Monat Zeit zwischenlassen? Also, ey, bei aller Liebe, aber ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise realistisch ist. Das gibt ja den Leuten gar, also, meiner Ansicht nach wird das ja logistisch auch schon, also, könnte das zu Problemen kommen, weil es dann einen supermäßigen Ansturm auf die Konsole geben wird, oder? Also, mal ganz ehrlich, bei der Switch 1, da war die Vorbestellungsdauer zwei Monate. Im Januar konntest du sie vorbestellen, im März kamen sie raus. Also, wenn sie die im Februar ankündigen, ist es natürlich immer noch sehr, sehr knapp vom zeitlichen Rahmen die Leute darauf vorzubereiten, diese Konsole zu kaufen, weil so spontan Geld für eine neue Konsole hinzulegen, also so bescheuert wird Nintendo auch nicht sein. So, was werden sie für Juni tun, ist die große Frage. Ich glaube, sie werden die Releasdaten für neue Nintendo Switch oder? Sind sie das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können definitiv das erwarten, weil sie haben nichts herausgefunden, dass sie nach dem Zeitpunkt Und nach dem Zeitpunkt, wir haben wirklich viel im Juni. Also, ich glaube, Nintendo wird ein paar Nintendo Switch -Games die wir mehr über an dem September Nintendo Direct das sie machen. Aber ich glaube, dass es keine Nintendo Switch 2 gibt. Was ich glaube, dass sie eine neue Nintendo Switch OLED machen, um mehr Konsole zu zu Ende der 3DS-Zeiten einen ähnlichen Move gemacht hat. Die haben meines Wissens nach einen neuen New 2DS rausgebracht. Ich glaube, wenige Monate vor der Switch-Ankündigung oder so. Also, da wurden keine Ficks gegeben. Aber ich glaube, da war mal irgendwas. Vielleicht nicht beim 3DS, aber vielleicht beim DS oder so. Dass da irgendwie ein DSi kam, ein halbes Jahr, bevor dann der 3DS gelauncht ist. Irgendwie so. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Comments. Oh ja. Also, aus den ganzen Gerüchten der letzten Monate, die ich ja in einem Video aufgegriffen hatte, wo es um eine Firma ging, die online auf ihrer Webseite ein Portfolio hatte mit Firmen, mit denen sie gearbeitet haben. Und das war Retro Studios. Also, diese Firma hat mit Retro Studios gearbeitet und hier kommt das Ding. Diese Firma ist darauf spezialisiert, gewisse, naja, ich sag mal, ich glaube, es war ein Trailer zu produzieren. Trailer für Spiele, die rauskommen. Ich glaube, Reveal Trailer. Also, das Spiel ist sehr wahrscheinlich fertig. Das macht schon sehr viel Sinn. Also, den Punkt gebe ich ihm. And if that is the case, when are they gonna show it off? If you guys remember, Nintendo said that they wanna do more Nintendo Switch OLEDs. So, I would not be shocked if some kind of insider got some information that we're gonna be getting a Metroid Prime for Nintendo Switch OLED. Vielleicht eine Switch OLED Mini. Ich meine, das stand ja auch schon mal im Raum. Und es gibt bisher nur ein Switch Lite Modell. Maybe ist es das. I have a feeling that they're gonna be releasing that on the Nintendo Switch. If I were Nintendo, I would try to get the Nintendo Switch version out first and then have the Nintendo Switch 2 version later. All while making a Nintendo Switch OLED Aber das spricht dann doch am Ende voll das Kaufargument für die Switch 2 ab. Und dann auch sogar noch mit einem neuen Switch OLED Modell was kommen soll. Ich meine, es ist nicht unrealistisch, wenn dann ein Metroid themed Switch OLED Modell kommt. Also, er meint dann vielleicht am Ende doch keine Switch OLED Lite. Wobei das aber auch meines Erachtens nach irgendwie möglich wäre. Aber ich meine, selbst dann, selbst dann kommen sich doch die Leute verarscht, die sich so eine Switch Lite Metroid geholt haben. Und zwei Monate danach oder drei Monate kommt dann die Switch 2 oder so. Das ist doch auch vom Zeitpunkt her so nah aneinander dran. Und wir haben noch nicht mal Metroid Prime 4 Release Date. Also, das wird zum Ende des Jahres passieren und dann weiß ich halt nicht, ob da der zeitliche Rahmen vielleicht nicht doch sogar ein bisschen zu knapp ist. Metroid Prime Version And then as part of the marketing for the Nintendo Switch 2 you could say, hey, this game runs better on the Nintendo Switch 2. Here are some of the extra features that we put in and the extra work we put in into this version. Stuff that we couldn't do on the original Nintendo Switch. That way you can still have a pretty big game and you can pull a lot of sales for the Nintendo Switch consoles and keep those sales on the consoles going. Und das wäre auch ein größeres Argument als damals noch zwischen der Wii U und Switch-Ära, als Breath of the Wild auf beiden Konsolen rausgekommen ist, wo ja Breath of the Wild am Anfang sogar bei der Wii U-Version besser performt hat, weil es, glaube ich, die Zielkonsole war und weil es auf, ich glaube, der Disk-Hardware läuft und da, ich glaube, die Laderate irgendwie schneller ist als über Cartridges. Also, ich bitte euch, wenn ihr Spiele kauft, dann ladet sie euch runter über den eShop und ladet sie euch vor allen Dingen auf den internen Speicher für kürzere Ladezeiten. Aber natürlich wäre das natürlich ein machbarer, machbarer Move von Nintendo, dass sie halt versuchen, der Switch 2 halt gute Kaufargumente zu geben, dass Spiele auf der Konsole besser laufen und vielleicht sogar eine Abwärtskompatibilität hat, dass man Switch 1-Spiele auch auf der Switch 2 spielen kann mit kürzeren Ladezeiten. Vielleicht verbesserter Grafik oder sowas in der Art. Nintendo macht das schon. I think that's what Nintendo's gonna do. I could be completely wrong about that, of course. All of this is speculation. I mean, I don't have any inside knowledge. Now, as to what Nintendo's gonna do as far as releases on the Nintendo Switch 2 until the Nintendo Switch 2 comes, that's where I think things get pretty interesting because we have been seeing that Nintendo is willing to do a lot of remasters, remakes, and ports. And some of these reports or not reports, some of these ports have some extensive work on them. I mean, the Paper Mario and the Thousand Year Door is basically a remake. It looks fantastic. And we also have Luigi's Mansion HD which looks really good. And then we have Monster Hunter Story 1. So I have a feeling we're gonna see a lot of this going forward until the Nintendo Switch 2. In that June Nintendo Direct, I wouldn't be surprised if the Zelda games appear. This seems like the perfect time for Nintendo to release those. We already have some information from Nintendo Insiders that have been saying for a long time that these things do exist and they are ready to put out. So if that's the case, then more than likely they're just saving them for when they need them. And honestly, if you wanna do more sales Yeah, das mit den Spielen ist halt so ne Sache, ne? Also momentan hat man halt nicht so den Eindruck dass Nintendo auf einem Haufen Spielen sitzt die fertig sind weil sie sie halt nicht ankündigen obwohl es eigentlich Zeit dafür wäre, right? As far as software goes those would be really great to use. It's either that or it's just the fan inside of me one of these on the Switch. One of the two. But, you know, Wind Waker and Twilight Princess aside using the older games and porting them and making them look better as well as remakes too like Kid Icarus Uprising that was rumored a while back. That would be a great game to bring to the Nintendo Switch is a good way to keep your install base busy if you don't have any bigger games. I hope they do though other than Metroid Prime 4 but I guess we'll see. But what do you guys think about? Ja, also ich glaube der Juni wäre natürlich auch ein realistischer Monat aber ich find's halt wie gesagt ich find es leider etwas knapp um dort Spiele für das restliche Jahr zu präsentieren sofern die ersten Spiele von Nintendo selbst die von Nintendo selbst stammen dann im August oder September kommen. Es wäre natürlich immer noch realistisch aber es ist zeitlich schon etwas etwas knapp. für mich ist da zeitlich der April der bessere Moment mit dem besseren Momentum um eben die Leute noch bei Laune zu halten mit vielleicht sogar in der Direct noch extra kleinen Trailer mit Paper Mario wo man vielleicht noch etwas mehr Gameplay Aspekte versucht zu unterleuchten oder dasselbe für Luigi's Mansion 2 oder Endless Ocean und dann halt Spiele für das restliche Jahr. Das wäre für mich halt ein viel realistischerer Spot als jetzt im Juni so auf kurz vor knapp. Was denkt ihr über diese ganze Angelegenheit? Schreiben sie es sehr gerne in die Comments hinein. Grüße gehen raus an Roborob Gaming das Video ist in der Beschreibung verlinkt und der Chanel auch. Vielen Dank fürs Zuschauerisieren bis zum nächsten Mal gaben sie sich wohl.